Hallo meine Lieben, vor einigen Tagen habe ich ja versucht ins Freibad zu gehen und die Schlange war zu lang. Heute möchte ich es nochmal probieren, es ist etwas kühler und ich denke, heute wird es funktionieren. Mal sehen. So und jetzt bin ich beim Freibad und ich sehe, die Schlange ist gar nicht so lang. Da gehen wir doch glatt mal rein, oder? So, das hat doch ganz gut geklappt. Ich war jetzt schwimmen, ich bin 300 Meter geschwommen und jetzt gehe ich noch ein bisschen spazieren. Ich gehe jetzt entlang des Kanals, also achtet drauf, die Präposition entlang wird mit dem Genitiv verwendet, entlang des Kanals. Wie ihr sehen könnt, haben wir gerade sehr schönes Sonnenlicht und im Kanal sind ganz viele grüne Pflanzen, damit das Wasser sauber bleibt. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hören, ich bin direkt an der Straße und jetzt werde ich einkaufen gehen. Ich bin jetzt direkt vor dem Fleischer, aber ich gehe jetzt in den Supermarkt. Ich kaufe jetzt erst mal ein paar Brötchen. Ich glaube, Brot brauche ich heute nicht. Aber es gibt sehr viel Brot. Marmelade brauche ich auch nicht. Tee habe ich schon. So, meine Lieben, nun bin ich wieder zu Hause und ich genieße den Abend. Tschüss!